Das Ding, was du da eben anhast, ist das neu, dieser Hoodie mit den Klößen drauf? Das sind keine Klöße. Das sind Sinnkreise. Ensoß. Klöße. Das soll eigentlich eine Wolke darstellen, verstehst du? Wiedererkennung wert. Wolke. Wolke, Tor. Wolke. Klöße. Ist das neu oder gab es das schon vorher? Ne, das ist neu. Das Logo gab es schon vorher, aber den Pullover. Das Problem ist immer, wenn hier Gäste kommen, die jetzt nicht zum Senden, sondern nur übernachten, die können mich nicht zuordnen. Und jetzt wisst ihr sofort, der gehört dazu, den kann ich ansprechen. Ah, der mit den Klößen, das ist der Hausmeister hier.